Oh mein Gott Leute, wir werden Hagrid heute den allerletzten Besuch bescheren. Und Daniel, wir können uns auch später treffen. Wie gesagt, der letzte. Und damit einen wundervollen guten Tag meine lieben Freunde von nah und fern und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP. Leute, es steht an, das Finale des vorletzten Kapitels in Hogwarts Mystery Jahr 7. Ich bin mega gespannt. Wir werden Hagrid heute einen letzten Besuch abstatten und wir werden heute auch noch eine Nebenaufgabe machen. Gut, das machen wir jede Folge, ist jetzt nicht so mega besonders, aber ja, wir machen auch eine Nebenaufgabe. Und die schauen wir uns jetzt mal an, denn wir müssen einem Glühwürmchen in einen dunklen Wald folgen. Also im Grunde folgen wir dem Licht. Könnte auch die letzte Folge des Projekts werden, Leute. Let's go. Oh, wir sind schon da. Ah, ich bin so ein Profi, Leute. Dem Glühwürmchen folgen. Let's go. So, da sind wir nun in den Tiefen. Da ist eine Angel. Daniel Fisch 95 fühlt sich wiederbelebt. Als ob die wissen, was Angeln ist. Ganz langsam, kleines Glühwürmchen. Ich bin schon ganz aus der Puste. Ich bin dir bis hierher gefolgt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, warum du den ganzen Tag wie wild geblinkt hast. Ach du, meine Güte. Sieh nur. Ja, ich kann euch sagen, was das alles ist. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Vielleicht ist der Besitzer dieser Sachen in der Nähe und kann uns helfen, aus dieser Situation schlau zu werden. Ja, allerdings ist das ja vielleicht eine Idee. Also es ist auf jeden Fall eine Spinnrute zum Raubfischangeln. Und das sind Kunstköder. Hm, interessant, interessant, Leute. Drei Stunden Ahoy. Ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin ein ehemaliger Angler. Ja, habe damals den Angelschein gemacht. Und genau, mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr so die Zeit dafür habe. Aber ich fähre mich noch ein bisschen aus. Naja, vielleicht kriegen wir gleich noch ein paar Hintergrundinformationen. Bis gleich, Leute. So, und da sind wir wieder noch einmal riechen, konzentrieren. Und wir haben die Aufgabe gemeistert. Kriegen nochmal 50 Wappen und einsammeln. Hä? Filch? Hä? Hä? Was? Okay, sie haben mich gefunden. Und jetzt erschwinden sie. Mr. Filch, warum verstecken sie sich denn hier draußen? Ich habe mich versteckt, damit sie mich nicht belästigen. Das ist nicht das, was sie sonst so anhaben. Das stimmt. Na und? Haben sie etwas gegen mein Outfit? Es steht ihnen, sie sehen albern aus. Sie sehen albern aus. Dieser Hut. Ha, wie Rowan damals. Äh, das muss ich unbedingt allen erzählen. Wie können sie es wagen? Gleich hole ich meine Fesseln. Sie kleinerer Bauke. Sie haben Glück, dass ich Dumbledore versprochen habe, meinen freien Tag nicht zu arbeiten. Aber das werde ich nicht vergessen. Glauben sie es mir. Ich wusste nicht, dass sie freie Tage haben, Mr. Filch. Es geht sie nichts an, was ich habe oder nicht habe. Ja, ein Angelschein anscheinend nicht. Und sofern sie nicht hier sind, um mir noch mehr Glühwürmchen zu bringen, empfehle ich ihnen, mich in Ruhe zu lassen. Dieses Glühwürmchen ist nicht für sie. Es ist mein Freund. Ja, ich bin ein bisschen Verhaltens gestört. Ähm, aber sie meinten, dass sie Glühwürmchen bei sich haben? Natürlich habe ich das. Schließlich angle ich. Können sie das nicht sehen? Ich studiere Fischarten im Schwarzen See, die sehr stark vom Leuchten der Glühwürmchen angezogen werden. Das ist es also. Sie haben vor, Glühwürmchen als Köder zu verwenden. Darum ist mein Glühwürmchen so unruhig. Sie wollen seinen Freunden etwas zu leide tun. Ich kann ihnen nicht folgen. Ihr Glühwürmchen ist mit den Fischen befreundet. Mr. Filch, sie können die Glühwürmchen nicht als Köder verwenden. Aber selbstverständlich kann ich das. Ich habe sie selbst gefangen. In Ordnung. Aber was ist, wenn ich einen Ersatz für sie finde, der noch besser funktioniert? Ein besserer Köder als Glühwürmchen? Das bezweifle ich. Ich habe noch nie gehört, dass man Glühwürmchen im echten Angelsport als Köder verwendet. Wirklich noch nie. Zuerst beleidigen sie mich und dann versuchen sie mich reinzulegen. Vielleicht sollte ich wirklich die Fesseln holen. Und das werde ich ganz bestimmt tun, wenn sie mit leeren Händen wiederkommen, ganz egal, was ich Dumbledore versprochen habe. Soll das heißen, dass ich es versuchen darf? Eine Chance auf einen besseren Köder lasse ich mir nicht entgehen. Auch wenn sie es nichts... Auch wenn sie ein nichtsnutziger, hinterhältiger Störenfried sind. Und glauben sie mir, wenn das ein Trick ist, dann werden sie es bereuen. Darüber müssen sie sich keine Gedanken machen, Mr. Filch. Ich verspreche, wenn sie nur noch etwas länger warten, dann komme ich im Nu mit einem besseren Köder zurück. Das will ich hoffen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Schwarzen See. Wenn sie mich zu lange warten lassen, werde ich anfangen, mit den Freunden ihres Glühwürmchens zu angeln. Ich komme wieder, Mr. Filch. Hagrid hat bestimmt etwas in seinem Garten, das ich verwenden kann. Ich werde mit ihm reden. Klar, hängen Kürbis an der Angel, Daniel. Beste Idee überhaupt. Ja, wir müssen so oder so zu Hagrid. Mit Hagrid sprechen. Ich bin in meiner Hütte. Wie kann ich dir mit dem Glühwürmchen behilflich sein? Das ist eine äußerst gute Frage, Hagrid. Ja, deswegen, Leute, klopfen wir einfach mal an und sagen Hallo, Hagrid. Aber nicht in dieser Aufgabe, sondern in der Hauptaufgabe. Wir sagen ihm nämlich jetzt eigentlich Tschüss. Genau. Let's go. So, da sind wir, Leute. Mein allerletzter Besuch bei Hagrid und ich bin ein bisschen sentimental. Hallo, Hagrid. Was ist los, Hagrid? Ist Fang schon wieder verschwunden? Du hast es auf Anhieb erraten, Daniel. Dieser Schlinge stellt ständig Unfug an. Stattdessen hätte ich heute nach dir suchen sollen. Ich habe viele Generationen von Schülern in Hogwarts erlebt, aber nur wenige haben so einen Eindruck hinterlassen wie du. Das ist lieb von dir, Hagrid. Ich bin ja auch die Mary Sue von Hogwarts. Ähm, ich bin hier, um mich von dir für immer zu verabschieden, weil ich dein Freundschaftslevel eh nicht auf Maximum kriege, geschweige denn auf nächstes Level. Oh, ich habe mir ganz fest vorgenommen, nicht zu weinen. Ich werde dich als Schüler vermissen, Daniel. Ich bin so stolz auf dich und auf alles, was du erreicht hast. Aber wenn du in der Nähe bleibst, dann werden wir uns wohl regelmäßig begegnen. Sei nicht traurig, Hagrid. Lass uns stattdessen an die schönen Zeiten denken, die wir miteinander erlebt haben. Zum Beispiel... Ja. Ja, kein Wunder, dass die Aufgabe nur eine Stunde dauert. Let's go, Leute. So. Ja, Hagrid, dann erzähl mir mal von den ganzen schönen Erlebnissen, weil mir fallen tatsächlich keine ein. Ich ballere das mal eben hier schnell durch, damit ich danach hoffentlich von dir irgendwas erfahre, was nicht nur auf Nebenquats basiert, die ich nur gemacht habe, weil das dein Freundschaftslevel pusht. So, wir kriegen nochmal eine Schoko-Frosch-Karte einsammeln. Bei all dem Gerede von der Vergangenheit werde ich ganz sentimental. Du bist wirklich erwachsen geworden, seitdem du ein Erstklässler warst. Allerdings, und das habe ich zum Teil dir zu verdanken. Du wirst große Taten vollbringen, Daniel. Da bin ich mir ganz sicher. Aber nur, wenn ich nicht in deiner Hütte schlafen muss. Was? Ich weiß noch nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen werde. Meine Freunde haben schon ihre Pläne gemacht. Und du hast das Gefühl, dass du der Einzige bist, der keinen Plan hat? Wie fühlt sich das an? Oh, da ist der Psychologe Hagrid wieder am Start. Ich bin nervös, was die Zukunft angeht. Mir geht es gut. Ich freue mich für meine... Mir geht es gut. In Wirklichkeit geht es mir gut. Ich habe zwar noch keinen Plan, aber irgendwas wird sich bestimmt ergeben. Das ist schön zu hören. Du wirst garantiert Erfolg haben, Daniel. Weißt du, ich habe den Eindruck, dass viele meiner Freunde in London sein werden. Also, eigentlich nur Penny. Das ist die Einzige, von der ich mir das gemerkt habe. Deswegen werde ich auch nach London ziehen. Beste Idee, Leute. Und das Ministerium ist auch dort. Zusammen mit Mr. Elderberry, Olivia und Mad-Eye. London? Was? Das ist eine tolle Stadt. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von Hogwarts. Dort gibt es vieles zu erkunden. Interessante Orte und Menschen. Vielleicht führt mich mein Weg nach London. Das kann gut sein. Aber wo du auch immer landest, das ist kein endgültiger Abschied, sondern wir werden uns wiedersehen zu Nebenaufgaben, damit du mein Freundschaftslevel erhöhen kannst mit deiner ganzen Energie. Ja, Hagrid, das hättest du wohl gern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du oft vorbeikommen wirst und du kannst dich jederzeit in Hogwarts wie zu Hause fühlen. Nein, kann ich nicht. Das ist unlogisch. Ich kann doch nicht die Schule einfach betreten und reingehen, wie ich will. Das ist völlig gegen den Kanon. Völlig, völlig abwegig. Krieg die Krise. Witzig. Ja, wir lachen mal alle ein bisschen über Hogwarts und über Hogwarts Mystery insbesondere. Hallo Fang. Altes Haus, da bist du ja. Ich wollte auch nochmal dir Schüß sagen. Fang. Sieht aus, als hätte noch jemand den Weg nach Hause gefunden. Da bist du ja, du kleiner Schlingel. Danke, dass du mich besucht hast, Daniel. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist es an der Zeit für deinen Abschluss. Allerdings, Leute. Er hat vollkommen recht. Kapitel 59 abgeschlossen. Nicht lebewohl, sondern auf Wiedersehen. 350 Münzen, 2000 Erfahrungen und einsammeln. Levelaufstieg. Nice. Und Kapitel 60. Schulabschluss und das Leben danach. Endlich machst du deinen Abschluss. Finde heraus, was deine Freunde für die Zukunft geplant haben. Und was hast es mit dieser... Ja, geht schon mal gut los, Leute. Und was hat es mit dieser Jobchance auf sich? Starten! Ja, Leute. Wir sind im allerletzten Kapitel von Jahr 7 angekommen. Abschluss in Hogwarts machen. Das Abschlussfest beginnt gleich. Begeben sie sich in die große Halle. Das letzte Mal, dass ich Punkte bekomme dafür, dass Hufflepuff auf dem ersten Platz steht, Leute. Ja, wieder 50 Gratis-Energiepunkte, glaube ich, waren das doch, oder? Irgendwie so. Wir gucken mal eben auf die Liste. Ja, sind noch vier Aufgaben. Und dann war es das mit Hogwarts, Leute. Dann sind wir mit sieben Jahren Hogwarts in fünf Jahren Real-Life-Zeit. Weil ich habe 2018 mit diesem Let's Play angefangen. Sind wir fertig. Ein bahnbrechender Moment und irgendwo ein historischer. Und irgendwie auch ein bisschen sentimental. Ich weiß auch nicht, warum. Leute, nächste Folge starten wir mit meinem Abschluss. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Zieht euch entsprechend an, ne? Also hier, ein bisschen kleine Ordnung. So macht euch schick, als ob, ne? Wie ich hier gerade wirklich mein Abschluss feiere. Oder sitzen wir da alle und da könnt ihr auch gerne Beiträge posten, wie ihr guckt, wie ihr meinen Abschluss erfolgt. Macht eh keiner. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn jemand so verrückt ist. Und das könnt ihr dann auf Twitter oder auf Instagram posten. Was ihr aber hoffentlich auf jeden Fall könnt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, ist der Folge einen Daumen nach oben da zu lassen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn ich meinen Abschluss auf Hogwarts mache. Ich bin so gespannt. Bis dann, Leute. Tschau zusammen.